Hallo Sina, ich möchte gerne mal mit dir über das Thema Bewerbung entsprechen, denn sich für eine Ausbildung oder einen Studienplatz zu entscheiden, ist ja meist nur der erste Schritt. Nehmen wir mal an, ich habe jetzt ein Unternehmen gefunden, bei dem ich mich gerne bewerben möchte. Unterstützt mich die Berufsberatung denn dann auch beim Schreiben einer Bewerbung? Ja, auf jeden Fall. Also mach einfach einen Termin, komm vorbei, bring die Sachen mit, die du schon hast. Vielleicht hast du schon mal ein Anschreiben angefangen oder ausprobiert und dann den Lebenslauf und deine Zeugnisse und dann schauen wir uns das gemeinsam an. Also wir helfen dir da auf jeden Fall bei. Wichtig ist natürlich, dass du das selbst schreibst, weil das merkt jeder, wenn das jemand anders geschrieben hat. Man findet dich selbst nicht wieder, aber wir helfen dir auf jeden Fall gerne dabei. Also es ist wichtig, dass ich etwas mitbringe, über das wir dann aber gemeinsam rüber schauen können. Ja, genau. Dann kommt nach der ersten Bewerbungsphase ja dann das spannende Bewerbungsgespräch. Worauf sollte ich da besonders achten? Also es gibt auf jeden Fall No-Gos, die du auf gar keinen Fall machen solltest. Das ist zum einen, dass du zu spät kommst. Also niemals zu spät kommen zu einem Vorstellungsgespräch. Das ist ganz wichtig. Auch nicht zu früh. Also es sollte schon passen. Dann solltest du dich ein bisschen vorbereiten auf das Gespräch. Das ist wichtig. Den Gesprächspartner nicht duzen und dich auch angemessen kleiden. Also jetzt nicht in der ranzigen Jogginghose aufschlagen, sondern wirklich dich angemessen kleiden für das Gespräch. Was ist denn mit Videobewerbungen? Ist das immer eine gute Idee oder kann das auch nach hinten losgehen? Das ist ein ganz spannendes Thema, weil das wirklich sehr neu ist. So viel Erfahrungswerte habe ich dazu gar nicht. Aber ich denke da, wo es passt, in der Branche zum Beispiel, wenn du dich im Medienbereich bewirbst oder auch wenn es ein junges, modernes, innovatives Unternehmen ist, auch da ist es sicherlich ein toller Effekt, wenn da was ganz Neues mal kommt. Also ich denke schon, dass es ganz spannend ist und du dich dann von der Masse abheben kannst. Also kann das durchaus auch in anderen Berufen einen frischen Wind reinbringen? Natürlich. Also klar, man sollte natürlich vorher schauen, ob es ein konservatives Unternehmen ist, was dann wirklich sagt, du, was ist das denn? Was soll ich damit anfangen? Aber so jüngere Unternehmen und dann ist auch egal, in welcher Branche, wenn die modern sind, vielleicht sogar per Du, dann ist das echt eine nette Sache. Kann ich da denn ein Gefühl für entwickeln, bei welchem Unternehmen sowas angebracht wäre und bei welchem nicht? Ich würde ein bisschen recherchieren vorher auf der Homepage. Also auf jeden Fall im Internet gucken. Wie schlägt das Unternehmen im Internet auf? Duzt es vielleicht sogar schon in den Beschreibungen? Dann ist das sicherlich ein Zeichen dafür, dass es so jung und modern ist. Also eine gute Vorbereitung ist immer wichtig. Ja, genau. Ich kann so ein Bewerbungsgespräch hier auch toll für mich selbst nutzen, indem ich schaue, ob das ein Unternehmen und ein Ort ist, an dem ich gerne mal arbeiten möchte. Worauf sollte ich da besonders achten? Im Gespräch merkst du sowas eigentlich ziemlich schnell. Also wenn das Ganze harmoniert und du merkst, der Ansprechpartner, der mag mich, wir lächeln uns an und es harmoniert, dann kann ich mir gut vorstellen, dass du eigentlich reinpasst ins Unternehmen. Aber der Gesprächspartner, der merkt das ja auch. Wichtig ist aber, dass du vielleicht auch noch mal ein bisschen nachhakst. Wie ist die Unternehmenskultur? Ja, wie ist der Führungsstil zum Beispiel? Wie sieht dein Arbeitsalltag aus in der Ausbildung? Wird für Azubis vielleicht was Spezielles gemacht oder organisiert? Und da kannst du dann für dich ganz schnell rausfinden, ob du dich da wohlfühlen würdest. Also es hilft einerseits, Fragen zu stellen, damit das Unternehmen aufmerksam auf mich wird und gleichzeitig auch, um mir selber ein Bild zu machen. Genau. Was ist denn, wenn ich jetzt mich für diese Ausbildung entschieden habe und irgendwann merke, dass es gar nicht das ist, was ich machen möchte, dass mich das gar nicht glücklich macht? Gibt es da einen zurück? Ja, also das kann tatsächlich vorkommen. Es ist dann natürlich schade, weil wenn man wirklich eine Ausbildung gefunden hat und gestartet hat, dann merkt es so, oh nein. Und das ist dann nicht schön, aber es gibt auf jeden Fall Möglichkeiten, dich da rauszuholen. Also man müsste dann wirklich schauen, dass du Kontakt zu uns aufnimmst. Das ist das Beste erst mal. Und dann würden wir gucken, liegt es am Arbeitgeber, dass du vielleicht dich dort nicht wohlfühlst oder ist es tatsächlich die Tätigkeit, die einfach eine falsche Entscheidung war? Und dann müssten wir schauen, wie wir weitermachen. Also kann ich da mit dem Unternehmen sowie auch mit den Berufsberatern darüber reden? Ja, komm in erster Linie erst mal zu uns, bevor du im Unternehmen sagst, hey, ich fühle mich hier nicht wohl, ich will gehen. Komm erst mal zu uns, hol dir da eine Beratung ein. Wir geben dir dann auf jeden Fall die richtigen Tipps. Also ich merke mir, eine gute Vorbereitung macht immer einen guten Eindruck und hilft mir vielleicht auch herauszufinden, ob das das Richtige für mich ist. Und gleichzeitig kann ich immer während der gesamten Bewerbungsphase Rücksprache mit meinem Berufsberatern halten. Genau. Vielen Dank für deine Infos. Sehr gerne. Vielen Dank.